Hallo Leute und herzlich willkommen bei Palatelum Outdoor. Ja, heute gibt ein kleines Produktinfo bzw. ein kleines Review zu der Lidl Klappsäge, die es mal im Februar gab. Und durch eine Produktinfo bzw. ein kleines Infovideo vom Heiko vom Kanal Scharfes Zeug, wurde ich darauf aufmerksam, dass am kommenden Montag, den 7.8. gibt ihr die Säge wieder bei Lidl zu kaufen. Mit einer kleinen Veränderung, die hat jetzt hier oben scheinbar noch so ein Loch drin, wenn man das Bild genau guckt, um besser aufklappen zu können wahrscheinlich. Und ich dachte mir, ich stelle euch einfach mal die Säge vor, denn ich habe die vor ein paar Monaten bei einem Review bzw. bei einem Giveaway vom Andi gewonnen und habe die seitdem ein paar Mal benutzt, auch ein bisschen fremd ihrer Benutzung benutzt und bin hier bisher sehr zufrieden, denn bei einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 2,99 Euro kann man mir über die Säge hier absolut nicht meckern. Schauen wir uns erstmal die Kerndaten dieser Säge an. Die Schneidenlänge beträgt 18 cm, die Klinge ist aus Karbonstahl, werde ich euch auch gleich alles nochmal einblenden. Eingeklappt hat die Säge ein Maß von ungefähr 23 cm. Wenn man sie dann ausklappt, kommt die Säge so 40 bis 42 cm und ein Gewicht von 200 g bringt die Säge auf die Waage. Ja, das Sägeblatt selber ist wie gesagt schon aus Karbonstahl gefertigt und hat praktisch dreiseitige geschliffene Zahnungen, zwei einstehbare Schnittwinkel, die fest arretieren an der Säge, eine sichere Handhabung durch einen gepolsterten bzw. einen gummierten Griff. Dann hat die Säge an sich noch eine Schnittstärke bis zu 60 mm, also 6 cm, wo die Säge ausgelegt ist und man kann damit dann natürlich auch Gipskartonplatten schreiben. Was auch schön ist, die Säge ist halt GS geprüft. Ansonsten gefällt mir in der Säge eigentlich sehr gut, wenn ich die einklappe, ist komplett das Sägeblatt verschlossen, versteckt, hier in der Säge. Und ich hatte mal so eine billige, also eine Säge, die 5 Euro oder 6 Euro gekostet hat, von MFH war die meine ich, so ein ganz billiges Modell. Und hier hat mich gestört, wie ihr hier seht, sind die Sägeblätter nicht ganz verdeckt beim Einklappen und da habe ich mir im Rucksack immer wieder Fäden gezogen, wenn irgendwo was da war, Paracord oder Stoff. Und daher finde ich das hier sehr schön gelöst. Zur gelben Farbe sicherlich auch besser, wenn ich die irgendwo verliere, für so Basteleien oder so, Buschkräfte im Wald. Ich lasse sie hier irgendwo fallen im Grün und habe sie besser wiederzufinden, wie wenn die Säge hier natürlich in diesen militärischen Olivenfarben gehalten ist. Wie schon erwähnt, die Klinge ist 18 cm lang, ist eine Dreifachzahnung praktisch, damit das Schneiden in beide Richtungen möglich ist und man hat praktisch diese 18 cm als Arbeitsfläche. Angegeben vom Hersteller ist ein Durchmesser von ungefähr 60 mm, also 6 cm, mit denen ich schneiden kann. Gehen natürlich auch dickere Sachen, allerdings wird dann anstrengend und hakelig. Gehen natürlich auch dickere Sachen, die Klinge ist ein Durchmesser von der Klinge ist ein Durchmesser von der Klinge. Auf Dakaradakon Auf derDadadakon át ich merkeien interactive und bereitheil. Af plafend Auf также V B Auf der Tatat Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal so ein paar Verwendungszwecke einblenden von der Säge und wie jetzt Sägeverhalten der Säge ist. Ich habe hier auch so ein paar Einkarbungen geschnitten. Muss man einfach mal dazu sagen, dass die Einkarbung bei Querverbindung die Säge natürlich nicht ganz so gut ist wie ein High-End-Produkt. Wenn man eine Säge-Säge vergleicht über so, die kostet aber auch dann 20 mal so viel, die kostet 70 Euro und hier mit 3 Euro kann man wirklich nichts falsch machen. Aber gerade für den Low-Budget-Bereich, für Einsteiger, denke ich, ist die Säge sicherlich ein Must-Have und eine gute Alternative zu teuren anderen Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein paar Bilder noch und Eindrücke vermitteln von der Säge, wie man sie vielleicht nicht gebrauchen sollte. Natürlich durch die Karbonstallklinge eignet sie sich auch jetzt mit Hilfe vom Feuerstaller oder als Feuerstarter. Ich kann hiermit auch mal einen heißen Topf vom Feuer holen, habe ich euch hier eingeblendet. Das sind natürlich keine gedachten Verwendungszwecke von der Säge, aber ich denke, gerade für Einsteiger eine lohnenswerte Anschaffung. Und ich gebe der Säge einen Daumen hoch für das Preis-Leitzungs-Verhältnis. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da, ein paar Kommentare, Flasch eurer Erfahrungen zur Säge. Bis dahin, euer Palatihüllung. Bis dahin, euer Palatihüllung. Bis dahin, euer Palatih�. Dini, ich gebe der Säge. Bis dahin, wir laden mir ab, dass du können uns zuerst ein Приgrö exercising Bis dahin, da sind meine Daumen hoch. Bis dahin, das歩 kein Daumen hoch. Was tailt, hat ja Gefühl, Mush scientific jaечение habt einので Vielen Dank.